Muss ich, wenn ich neben der Rente noch weiter sozialversicherungspflichtig arbeite, in die Rentenkasse einzahlen mit Beiträgen oder werde ich hiervon befreit? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, das ist quasi wie eine Art Evergreen, der immer mal wieder bei uns auftaucht. Eine Frage zum Thema Beitragsrecht in der gesetzlichen Rentenversicherung bei einer Tätigkeit neben Rentenbezug oder bei einer Beschäftigung neben Rentenbezug. Meine Damen und Herren, wir haben eine Anfrage bekommen und da steht sinngemäß drin, ich beziehe eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die habe ich rückwirkend zum 1.12.2023 erhalten. Meine rege Altersgrenze habe ich noch nicht erreicht. Ich gehe nebenher noch arbeiten. Muss ich auf den Arbeitslohn noch Rentenversicherungsbeiträge zahlen? Na klar, meine Damen und Herren, völlig klare Rechtslage, ganz klar seit der Einführung der Flexirente im Jahr 2017 so geregelt, dass sie grundsätzlich bei einer vorgezogenen Altersrente, wenn sie daneben noch arbeiten gehen, über der Geringfügigkeitsgrenze, grundsätzlich nicht mehr in der Rentenversicherung versicherungsfrei sind. Versicherungsfreiheit tritt nach § 5 SGB VI ein. Das ist ein spezieller Tat, also ein spezielles Gesetz für die Regelung zur Versicherungsfreiheit. Und dort gibt es einen Tatbestand oder eine gesetzliche Regelung, die sagt Folgendes aus. Wenn Sie, lieber Versicherter, Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben und eine Altersrente als Vollrente beziehen, dann sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt müssen Sie dann keine Rentenversicherungsbeiträge mehr aus Ihrem Arbeitslohn in die Rentenkasse einzahlen. Wenn Sie aber vorher, vor Erreichen der Regelaltersgrenze, noch weiter arbeiten und eine Rente beziehen, ob als Voll- oder Teilrente, völlig wurscht, also völlig egal, dann müssen Sie ganz normal aus Ihrem Bruttolohn Ihren Anteil als Arbeitnehmeranteil an die Rente zahlen. Daraus ergeben sich ja dann auch Vorteile für Sie. Erstens, Sie sind weiterhin versichert in der gesetzlichen Rente. Zweitens, bekommen Sie hier dann noch entsprechende zusätzliche Entgeltpunkte auf Ihre Rente oder für Ihre spätere Rente ab der Regelaltersgrenze gutgeschrieben. Da gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, dass Sie praktisch diese zusätzlichen Entgeltpunkte, die Sie aus einer Beschäftigung neben der Rente noch erzielen, dann ab Erreichen der Regelaltersgrenze gutgeschrieben bekommen. Dann mit dem Vorteil für Sie, dass diese Entgeltpunkte abschlagsfrei sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.